Musik Meine Damen, meine Herren, das wird heut' ein Clou. Denn ich habe viele Überraschungen im Schuh. Zum Beispiel Musik im Strumpf. Kollege, komm mal raus, denn wir haben doch heute Niki Laus. Okay, es gibt viel zu tun, darum schreite nun mal zur Tat. Arbeiten, oje, ich wusste doch, dass die Sache hier ein Haken hat. Und was sagt zu meinem Solo so ein echtes Pop-Genie? Oh, this was so nice. Thank you, Mr. David Cassidy. Jingle Belts, Jingle Belts, Jingle all the way. Dein Song passt gut. Erzähl doch mal, wie ist Christmas bei euch in USA? Was schenkt ihr euch? Also wir daheim schnitzen immer kleine Holzfiguren aus. Oh boy, da würde meine Mami machen böse Mina. Diesmal schenk ich ihr ne USA-Waschmaschine. Keinen Knopf muss man drücken, sie schaltet sich selbst an und aus. Dabei spielt so weit Christmas und weckt morgens das ganze Haus. Ja, kommt denn wenigstens zu euch, der liebe Weihnachtsmann? Was heißt hier Liebe? Der kostet Gage, Flugdäten und gute Nahrung. Doch dafür muss er auch was bieten, denn der Weihnachtsmann, den wir uns mieten, hat ne solide Las Vegas-Show-Erfahrung. Und unsere Atmosphäre ist stets ne frische, wenn er so Präsente verteilend steppt über die Tische. Und dazu singt Let's Go, That's Christmas, meine Verehrung. Na, da habt ihr ja wirklich ne schöne Bescheidung. Aplausos